1. Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt müssen beide zeigen, wo sie wirklich stehen. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live aus dem Lucile Stadium. Willkommen im Lucile Stadium, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Ich bin wie gewohnt Wolf Huss. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Auf unserem Programm steht am heutigen Tage das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Deutschland gegen Japan. Es sind zwei Mannschaften, die in diesem heutigen WM-Gruppenspiel einiges zeigen wollen. Das Stadion ist voll, Stimmung ist super, es ist angerichtet für ein Fußballfest. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Niklas Süle spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Joshua Kimmich steht neben Nilkay Gündogan in der Mitte. Und Kai Havertz ist heute erstmal der einzige echte Stürmer. Zwischen dem ersten und dem bislang letzten WM-Titel der deutschen Elf liegen stolze 60 Jahre. Aber während 1954 der überraschende Titelgewinn noch als Wunder von Bern gefeiert wurde, gehörte die DFB 11 2014 ohnehin zum engsten Favoritenkreis. Ja, zumal man ja vorher in den Turnieren mehrfach knapp gescheitert war. Und 2014 in Brasilien war es dann endlich soweit. Inklusive des denkwürdigen Halbfinale-Auftritts gegen die Gastgeber und des dramatischen Endspiels gegen Argentinien. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar nach vorne soll es gehen. Und zwar aus dem Mittelfeld. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Jonas Hoffmann. Serge Gnabry. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Erstmal geklärt. Ballverlust durch Serge Gnabry. Wer wird hier heute der Schlüsselspieler? Serge Gnabry wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Der Dreck hat am Ball natürlich alles. Das ist sensationell. Es könnte das Führungstor sein. Da ist der Treffer. Tor Nummer eins. Also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und dann Serge Gnabry. Ja, wer will dieses Tor noch verhindern aus der Distanz. Er behält die Nerven. Macht das locker. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Taguma Hasano. Gutes Technik. Hier geht es im Vortrag für Deutschland. Kehrer. Ja, mit viel Übersicht. Ja, das ist abseits. Zu früh losgelaufen. Aber das ist natürlich eine vielversprechende Strategie. Sie wollen die Abwehr zu Fehlern verleiten. Sie spekulieren auf die Lücke. Spekulieren auf den optimalen Pass. Hier kam der Lauf etwas zu früh. So, rüber. Auf die andere Seite. Jonas Hoffmann. Geht dazwischen und hat den Ball. Cavada. Sie haben den Ball. Kann jetzt über den Flügel kommen. Das ist die Chance. Wird Abschluss geben jetzt. Ich sage маленьkisch. Steins. Was ist die Chance. Herr Vör adelante. Sch которое wird das Erösen beobachten. voted absrummer, bzw. des joust digging. ть. fatty. Vertraue. Freiheit hat. kärer die kärer also zu haben und damit war es das erst mal da hinten da ist das pressing erfolgreich kärer sehr glabry da kommt die flanke problemlos hatte hier den ball ja dieser ball kommt nicht an kärer gibt es jetzt die gelegenheit hat es war dann zu armlos ball ist weg kurz vor der pause liegt die deutsche mannschaft knapp vorne sie können durchaus zufrieden sein mit der heutigen leistungen noch ist es knapp ein torführung aber man spürt sie haben das immer mehr im griff sie wollen heute den sieg und das kann auch klappen wenn sie denn nach der pause so weiter da bleibt der ball an ihm hängen ja da war noch einer dran gedecke gemisch für da aus super kopfball aber gehalten klasse aktion von beiden mit dem besseren ende für den torwart und angezeigt jetzt eine minute nach spielzeit wir hören den pfiff das war's die erste spielhälfte hier im lucile stadium wm gruppenspiel nummer eins los geht's mit durchgang 2 herz wie der ball besitzt für die dfb auswahl genau briechen ilka gündor da kommt der schuss klasse aktion torwart hält den ball fest muss jala gute pässe jetzt was für ein reflex wahnsinn die hat den noch gehalten aus der entfernung großartig er kommt von kimmich er gehalten erst mal aber die abwehr muss weiter aufpassen tolles tor das ist natürlich ein volley wie er besser nicht geht da ist das tor noch mal und es ist nicht zu übersehen da sind sie viel zu passiv müssen irgendwie doch den ball aus dem 16er kriegen 2 0 steht hier sie machen einen guten eindruck anspiel kommt gut er bringt den ball jetzt nach vorne flanke kommen sie können nicht klären sind weiterhin bedrängnis abwehr macht zu gut verteidigt takuma asano schön zugemacht sie unterbinden diesen angriff günther ja da ist platz jetzt 20 minuten haben wir noch auf der uhr mal sehen was sich noch tut er zieht vorbei da ist er da steht gut und holt sich den ball genau wie da ist havertz jonas hoffmann der ball soll jetzt zu musiala hat also nicht gereicht in dieser szene jetzt schießt er das war eine gute chance aber der ball wird abgeblockt jetzt wechseln sie aus jetzt kommt die ecke er holt sich die säke ganz konzentriert den ball wollte er einfach abbildern da ist die flanke da geht er dazwischen es bleiben hier noch acht minuten günther ballverlust deutschland mit einer deutlichen führung geht die deutsche mannschaft hier moment jetzt könnte es gleich krassen parade neuer immer noch gefährlich da zeigt er seine ganze klasse super parade gnaw bry ball bleibt hängen flanke kommen nicht durch super wolle aber kein tor das war technisch herausragend gemacht das stimmt eigentlich alles es fehlen nur die entscheidenden zentimeter es gibt einen wechsel das war's für heute wir hören den schuss pfiff das spiel ist aus und der sieger das sind heute die gastgeber sie holen sich den ungefährdeten sieg und das zumindest auf meiner sicht auch absolut verdient sie waren hier die stärkere mannschaft